Stefan ist auch richtig shredded, wie man sieht. Da werde ich gleich mal nachfragen, ob da vielleicht ein paar Substanzen im Spiel sind. Komplett freigeschalten. Also hier ist gar kein Fett dran. Schau dir das mal an. Sind da irgendwelche Substanzen im Spiel oder warum hast du dich so signifikant die letzten paar Monate verbessert? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Stefan. Wir trainieren Prusch und schau dir mal Stefan an. Er sieht zu gut aus, um netty zu sein. Der ganze Tag gehen wir heute auf den Grund bei einem Training und vor allem auch bei einem geilen Posing. Battle dementsprechend. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Training. Natürlich wird heute Prusch trainiert. Erste Übung, diese Nautilus-Maschine. Die ist richtig geil und wie ihr seht, die kommt auf jeden Fall extrem gut an. Jawohl. War ja eins vielleicht eher so. Ja, Stefan muss noch ein bisschen langsamer machen, weil er war krank. Ich komme jetzt aus einem D-Load, also sechs Tage nicht trainiert. Sieht dementsprechend auch wirklich sehr flach aus, muss ich sagen. Das war diese Ausreden. Die Ausreden kommen jetzt schon. Ich mache eine Stufe mehr wie Stefan und dann schauen wir einfach mal, was schon abgeht. Du hast gesagt, du schießt dich ab heute. Ja. Komm. Finger weg. Sehen. Aber entweder ist die Maschine verzogen oder ich bin verzogen. Weil das ist schon so leicht schräg, oder? Ist bei dir gerade? Ja, ich merke das nicht. Ja, dann liegt es an mir wahrscheinlich. Oder ich und die Maschine sind schief. Ja. Passt das dann wieder? Ich glaube nicht, ich bin ein bisschen schief. Ich weiß auch, immer bei Posing-Updates stehe ich immer so ein bisschen schief. Ich auch. Weil meine Schultern nur nicht schief sind, ja. Ja, unter anderem kommt es sogar vom Rucksack tragen, denke ich mal. Ja, ja. Weil ich den immer auf einer Seite trage. Ja. Da muss ich mich selber so dran erinnern. Hey, zieh deinen Rucksack richtig auf. Ja, könnt ihr euch zum Beispiel auch merken, ja. Puh, hat schon mal gut reingehauen hier. Das ist immer ein gutes Zeichen, Menü. Und wenn ihr vom ersten zum zweiten Schiffersatz gut schwächer werdet. Das zeigt, dass ihr auf jeden Fall intensiv genug trainiert. Ich habe es jetzt, glaube ich, neun oder acht gemacht. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr extrem schnell die Indie-Presse perfekt einstellt. Stange runterlassen. Bis auf die Bank. Dann seht ihr links und rechts die Riffelungen. Da könnt ihr euch daran orientieren, dass der Abstand gleich ist. Und dann habt ihr es eigentlich schon mittig hingestellt. Müsst ihr sie nur noch anpassen. Und schon hat man in unter einer Minute das perfekte Setup gefunden. Auch ganz wichtig, haben wir jetzt nicht gemacht, die Safety-Pins. Immer rein. Ich will nicht übertreiben, aber da ist wirklich schon der ein oder andere dran gestorben, dass er keine Safety-Pins hatte. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wie war das vorhin mit dem Handtuch? So nützkein Handtuch? Bitte, habe ich nie gesagt. Das war der Allerjenige, der auf der Kaffee ist, pass mich so ein bisschen an. Natürlich, Stefan hat eine sehr starke Brust, allgemein sehr starke Push-Muskulatur. Nachdem entsprechen dann weniger Volumen, weil bei dir eher der Fokus auf den Beinen liegt, denke ich mal. Ja, auch Latt halt. Also Latt und eigentlich Helm so. Also, ganz rückseitig. Ja, genau. Baden habe ich schon oft gegeben. Ja, bei mir ist der Fokus mehr so Brust, Schulter, Arme. Dementsprechend mache ich da auch ein bisschen mehr Volumen und werde auch so ein, zwei andere Übungen im Training reinstreuen. Das ist halt das, wenn man zusammen trainiert. Da muss man so ein bisschen Kompromiss finden. Ich mache die Übungen jetzt mit bei Stefan. Die habe ich normalerweise gar nicht im Trainingsplan. Aber daran sieht man, dass es wieder Sinn macht, neue Übungen auszutesten. Die haut nämlich richtig gut rein. Und die werde ich auf jeden Fall mal meinen Coach Lukas durchschicken. Vielleicht kommt ihr dann sogar ein Plan rein. So, bei München jetzt sieben bis elf an. Sieben bis elf an. Aria zwei. Ja, mal gucken. Neun. Perfekt eigentlich. Aria zwei bedeutet, Rapsim Resurf zwei. Also er lässt zwei Wiederholungen in dem Tank. Zwei Wiederholungen vor dem Muskelversagen, weil, wie gesagt, du warst krank. Und schlägst du es jetzt mal langsam ein. Das würde ich jedem von euch auch empfehlen. Also nicht direkt ins Training rein, übertreiben, sich komplett zerlegen. Weil nach einer Krankheitsphase ist der Körper noch nicht hundertprozentig wieder da. Und es reicht vom Reiz auch völlig aus, zwei, drei Wiederholungen in den Tank zu lassen. Aber sonst hat man direkt Muskelkarte für fünf, sechs Tage und kann wieder nicht trainieren. Es ist immer so schwierig, Aria, also Rapsim Resurf, einzuschätzen, wie nah am Muskelversagen ist. Da verschätzen sich brutal viele Leute. Deswegen bin ich persönlich eher so ein Fan, immer nahe, beziehungsweise 1 Muskelversagen zu trainieren, weil er unterschätzen sich nicht. Jetzt klar, bei so einem Einstieg, wie gesagt, macht es Sinn, nicht so intensiv zu trainieren. Aber ansonsten trainiere ich schon immer sehr nahe bis oder 1 Muskelversagen. Also die meisten trainieren einfach viel zu leicht. Ja, genau. Die müssen aber ein bisschen härter trainieren. Ja. Ach so, ja. Also Aria eins oder zwei kann man gut einschätzen. Genau, ja. Aber Aria fünf oder sieben, das ist halt fast unmöglich. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die gezeigt haben, wie sich Leute einschätzen. Also die sollten sich einschätzen, okay, 2, 3 Wiederholungen von Muskelversagen und dann hat man eben ermittelt, wie sehr weit sie wirklich von Muskelversagen entfernt waren. Da waren es 6, 7 Wiederholungen im Tank. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein Fan einfach immer ein bisschen intensiver zu trainieren. Dann ist man immer auf der sicheren Seite und macht da keine Wissenschaft raus. Mach auf jeden Fall Gains. Auf jeden Fall Gains. Schön. Komm. Push. Drei. Die machst du noch. Komm, Junge. Push. Komm. Back in rein. Hier. Komm, komm, komm. Push, 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 push. Jawohl. Okay, wenn. Oh, Alter. Junge. Und, was war das für Aria? Es war Aria-Müll, Alter. Aria-1. Ja. Nee, es gab es nur eine Diät. Die Push-Muskulatur ist die erste, wo die Leistung eben schnell einfällt und hier geht es wirklich gerade steil bergab. Dementsprechend nehme ich mich auch gleich weiter zur nächsten Übung. Stefan macht ihr Wadenheben. Und ich mache Butterfly. Und wir werden sich jetzt auch erstmal kurz unsere Wege ein bisschen trennen. Wir wollen mich auch trennen. Trennen. Weil, ja wie gesagt, wir haben unterschiedliche Trainingspläne, unterschiedliche Ziele. Steffen macht das Waden. Ich mache immer ein bisschen was in die Brust. Und dann treffen wir uns gleich wieder, wenn die seitliche Schulter ansteht. Hier die Hammerstrength-Maschine. Habe ich schon im vorletzten Video oder so gesagt. Finde ich irgendwie nicht ganz so nice. Bin ich noch nicht richtig warm geworden mit der Maschine. Hier dementsprechend schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht werde ich ja jetzt warm. Da muss man uns so ein bisschen die richtige Einstellung ziehen. Bis zum nächsten Mal. Nice, noch ein Satz. Jetzt warte, wir schauen uns in der Zwischenzeit mal an, was Stefan fabriziert. Jetzt müssen wir es den Pornodialog anfangen. Das sagt gerade aus wie so eine Szene. Er ist auf Stefan gefilmt, dann kam es so so reingelaufen. Warum legt ihr ein Handtuch? Boah, das ist voll wackelig bei mir. Stefan macht gerade Waden. Ich gebe dir da einen Tipp. Stell ihn Stefan einfach so hin. Bei Stepper oder beim Wadenheben auf den Stepper hat sie mich schon mal auf die Fresse gehauen. Dann sind schon zahlreiche Unfälle passiert. No joke. Dementsprechend mach es einfach so und dann sollte ich das Ding immer ganz gut reinhauen. Ja, das war gut. Aber wenn man sich verletzt, dann auf jeden Fall nicht beim Wadenheben. Das wäre das Reutigste. Ja, das ist ja nicht. Das ist viel stabiler, gell. Ja, ja. Fünfster. Ich suche, deswegen dauert es so lange. Such mal woanders. Weiter geht es mit Seitheben hier in der Gym 80 Maschine. Jetzt wieder im Tag Team, weil wir beide Seitheben jetzt machen. Okay, nice. Aber die fühlt sich gut an. Richtig schön viel Dehnung machst du. Und oben hat es irgendwie so easy, ne? Ja. Also so ein Punkt, der ein bisschen schwerer ist. Ja, dann reißen wir uns jetzt die seitliche Schulter ab. Und Handtuch natürlich. Natürlich. Ja, Leute, hier gibt es sogar einen Spiegel, der verschiebbar ist. Dann stellen wir jetzt hier mal hin. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, wie die seitliche Schulter arbeitet. Oder man kann selber vielleicht noch die Technik ein bisschen perfektionieren. Steffen ist auch richtig shredded, wie man sieht. Da werde ich gleich mal nachfragen, ob da vielleicht ein paar Substanzen im Spiel sind. Jetzt kommt mir alles ein bisschen zu gut vor hier. Jetzt kommt mir alles ein bisschen zu gut. So, weiter geht's mit Trizeps-Pushdowns. Steffen, sein Trizeps ist komplett freigeschalten. Also hier ist gar kein Fett dran. Schau dir das mal an. Da blitzen die Streifen durch. Das ist absolut traumhaft. Was soll da noch passieren in zwei Monaten? Ja, das sind die Rettkampf-Däte. Beine. Ja, Beine. Stimmt. Und unter Rücken zurück. Dann gehen wir mal ein bisschen. Die sind nicht. I'm going dumb. I'm going stupid. Music and drugs is the same. Get them using. You wanna make a killing, then execute it. Wanna make a million no excuses. Wie ihr seht, da wird nicht viel mit Schuhen gearbeitet, sondern mit maximaler Kontrolle. Schön nach oben gehen, für den maximalen Stretch und Trizeps. Da helfe ich noch ein bisschen mit. Jawohl. War schon ein bisschen weh die Pause gerade. Ja, ja, ja. Ihr müsst nicht schnell 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 90 Sekunden Pause, 60 Sekunden. Wenn dadurch die Performance sinkt, dann macht ihr auf jeden Fall was falsch. Also lange Pause, 2-3 Minuten. Deswegen chill ich jetzt noch ein bisschen und dann geht's gleich weiter. Ich hab einfach Hunger, ich will jetzt einfach essen gehen. Ja, ja, fühle ich. Ich schnell durchballern. Ey, die Diät. Ich fühle mich flach. Mein Pump ist kurz da und dann ist es instant wieder weg. Habe ich Hunger. Na ja, das ist einfach die Diät, aber da bringt drum halt gar nichts. Da bringt noch hart trainieren. Die Fresse halten und machen. Tobi meinte auch letztens, eigentlich ist Hunger halt ein gutes Zeichen, weil dann weißt du, dass du das auch nicht passiert hast. Ja, genau. Das sage ich mir auch immer. Immer wenn der Hunger kommt, dann weißt du, okay, jetzt verbrenne ich Fett. Jetzt komme ich mein Ziel ein großes Stück näher und dann würde ich noch mehr reinpushen. Dann geht die Sache noch schneller. Push, push. Oh, ich mach. Weck. Oh, mein Gott. Boah. Heio, heio. Hast du gezählt? Ja, 15 glaube ich. Aber bei mir ist es sehr oftmals so, ich verzähl mich immer, immer, immer. Deswegen filme ich fast jeden Satz, damit ich im Nachhinein nochmal nachzählen kann. Ich zähle so auf 12. Habe ich das gefilmte angeschaut. Ah, 10 Mütterung, top, Alter. Und wenn man dann anfängt, dann so zu tracken, dann brauchst du gar nicht tracken. Einfach relativ nah an den Muskelwagen trainieren. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Absolut. So, wir machen jetzt noch die zweite Trizepsübung. Trizeps Extensions über den Kopf. Da gehen wir in die V-Station. Nebeneinander. Um abwechseln. Also unilateral links, rechts. So, dem matter of fact, I said I'd rather not discuss it. Seem like every day I got another check that's coming. Training for a marathon, I'm building another pace. But I ain't have to train for this shit. Always knew that I would run it. I came too far for a grown man to tell me how to get mine. How y'all still talking, I don't listen. I swear we never align. Y'all ain't never done it, still give advice. I don't take directions for the blind. Just stayed on my job with y'all unemployed. I told them go and apply. That's some real facts, but they won't listen. Don't take opinions, y'all only give them. They crash on the road now, but I stay my line. I was always driven. I had to get it out of tunnel vision. Steph's crazy, man I'm never missing back in the day. I was in the office, now I'm getting paid. But like it's done to miffin. All my life, I told them I would do it. So, Leute, Training ist beendet. Jetzt machen wir noch kurz einen Formcheck, um zu schauen, was geht. Stefan ist ultimativ shredded. Da werde ich euch noch nachfragen, was da los ist. Weil wir gehen einfach mal ein paar Posen durch. Was am Anfang? Ja, Front relax. Front relax, ja. Ready? So, Leute. Das war unser Posing-Update. Ich muss sagen, Stefan sieht ultimativ nice aus. Wie viele Wochen out jetzt bist du wieder im Wettkampf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, zweieinhalb Monate noch. Zweieinhalb Monate, also schon extrem schnell. Auch extrem krass gegen so jemand zu posen. Da kriegt man direkt Komplexe. Besonders, wenn deine Stärken meine Schwachstellen sind. Aber so ist das halt. Bei mir ist es ja genau andersrum quasi. Ja, genau. Beide deine Stärken, so. Das sind bei mir meine Schwächen. So würden wir uns beide funktionieren. Dann wäre das wirklich ein ultimative Charakter. Aber wir arbeiten beide an unseren Schwachstellen, um sie perfekt auszubessern. Apropos, was mir auch gefallen ist. Stefan sieht ultimativ krank aus. Sind da irgendwelche Substanzen im Spiel? Oder warum hast du dich so signifikant die letzten paar Monate verbessert? Ja, ich habe mir jetzt einen Coach geholt. Also ich hatte vorher auch einen Coach. Aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe vorher nicht zahlen müssen. Deswegen war das so eher auf die gleiche Schulter. Ja, ja, genau. Jetzt zahle ich halt was dafür. Und dann ist es mir auch ein bisschen wichtiger. Genau, genau. Und ja, und seitdem mache ich alles ein bisschen genauer. Ich track meinen Schlaf, sag ich mal. Also wie viele Stunden ich schlafe. Meine Ernährung, mein Training ganz genau. Wie viele Sätze, wie viele Raps, alles. Ja, mega nice. Da sieht man natürlich direkt, dass es in den Körper überstrahlt. Auf jeden Fall noch ordentlich aufgegangen. Auch sieht ultimativ krass aus. Und ich denke mal, da kann sich jeder so ein bisschen so ein Beispiel dran nehmen. Wichtig ist natürlich, ein Coach, der kostet natürlich ordentlich Geld, ein guter Coach. Aber ihr könnt auch klein anfangen und mit sowas zum Beispiel wie Gymki oder der Hypertrophie-Akademie starten. Da seid ihr bestens aufgehoben. Hauptsache, ihr eignet euch ein bisschen Wissen an. Ihr dokumentiert euer Training, die Ernährung. Und dann seid ihr auf dem besten Weg, ordentlich Gains machen. Das war es mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei Stefan vorbei. Da ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Jo, ich bin raus und komplett verheizen. Wir gehen jetzt erstmal die Losterie auf fressen. Wir sind beide sehr, sehr flach. Euer Karl bis zum nächsten Mal. Ciao.